so hallöchen liebe zuschauer seit längerem mal wieder da jetzt habe ich wieder ein bisschen zeit ja dass die eine quest hier hinten die funktioniert jetzt wenn ich das richtig gesehen habe hat noch mal schauen dass heute hin an der table das ist glaube ich eigentlich diese startquests da als gebiet anfänglich überlegt ob es jetzt mach weil ich ja eigentlich schon den stormheim angefangen habe machen sie einfach mal genau jetzt machen wir das einfach mal annehmen was passiert da jetzt genau ah genau ich stelle jetzt hin sanctum of the light ja das hätte ich mal lesen sollen travel to dalaran okay gut dann geht es also wieder zurück ach so das war da hinten kreuz war ich hätte dieses schwert ja so gern so tag jetzt hin dort total total daran da ist es ja mal gucken was wir heute alles machen ich weiß nicht wie lange ich jetzt streame das habe ich ja zeit konnte auch so sein dass es wieder so lange wird über das letzte mal kommt halt auch darauf an wie ich müde werde oder wann ich müde werde aber ich denke mal jetzt so zehn minuten wird er das wird schon länger sein als jetzt zehn minuten für den stunden brauche gar nichts haben außer es kommt irgendwas dazwischen höhere gewalt aber das kennt er ja alles was ist denn da ist hinter mir der da Was ist? So, nächste Küche vor. Lebt wohl. Okay. Ah, Text. Was? Ich hab's jetzt eigentlich nicht vorzulesen, um ehrlich zu sein. Ja, okay, er liest ne Karte. Also mit Spoilern so, ne? So müsst ihr aufpassen. Ich hab jetzt da nicht vor, da großartig hier alles anzugucken und so weiter. Ah, interessant. Nicht vor da irgendwie alles anzugucken und so weiter. Aber es kann natürlich passieren, ne? Was ja klar ist, spätestens wenn die Quests gemacht werden, wenn da Videosequenzen sind, werde ich mir die in der Regel schon angucken. Ähm, aber... Ja. Oh, tolles Schiff. Cool. Schön. Null Textur. Na ja gut, so ist es halt. Ah. Ah. Magic Queen, klar. Das ist ein Schiss. Ich hab nicht ewig Zeit. Ich muss mal zählen. Das hab ich gar nicht gelesen. Achso, okay. Inspecant shop zwar kein kalter Polizipizid, aber pfff. I casse. Ich hab keine Zeit für Spiele. So look for sick and Rangers. Was jetzt? Okay. Was ist? Begrüßt den Schatten! Ist das jetzt von den Schiffen hin und her, oder? Mit dem hab ich schon gesprochen, oder macht sie das alles? Schau mal, macht sie das nicht, ich hab das Gefühl. Ist da oben noch wer? Ah, ne, das hilft. Fliegtisch, Kapitän. Alter, warte mal. Könnt ihr jetzt auch nicht fliegen, oder nicht? Ja, ich kann fliegen. Soll ich jetzt warten? Natürlich. What else? So. Ah, ja, pot ich einfach mal. Welches Glück soll dieser Fluch bringen? Nächste Heldenklasse. Schlumpf von Nasha. Ja, das ist dann diese Start-Quiz da. Ja, ich glaub das war irgendwie so... Mit mehreren Spielern zusammen macht man das irgendwie. Szenario war das, glaub ich. So sind wir jetzt schon da. Report. Da ist er. Na, guck mal her Schätzchen. Guck mal bei mich. Mhm. 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 Ja, ich hab das Ding immer noch nicht. Also wenn das Ding so live geht, wär's ja ganz lustig, aber... Müsste ich mal fragen, was ist mit dem auf sich hat, was Ding buggy ist oder so. Müsste eigentlich. So, da. Ah, das verschwindet dann auch. Was soll ich denn jetzt machen? Shoot? Ich hab wohl nix bekommen. Ah, okay. Da ist gerade der Pult. Äh. Zack. Oh Gott. Oh Gott. Darf ich dir überhaupt irgendwie? Ich muss einfach mal in die Luft schießen. Seh ich nix. Da ist aber gar kein Counter in der Mitte. Äh. Äh. Ist ich jetzt weg oder? Ah. Kopf rein. Gibt ja wahrscheinlich schon mal. Ah, okay. Und wieder rein. So, wo sind sie? So. Da sind ein paar. Ne, das sind unsere. Ups. Hehe. So, ich seh keinen Franklin Fire an. Ne, da ist nix. Ja, es sind immer mehrere. Scheinbar, jetzt hab ich zwölf. 13, 14. Was erzählen die nicht? Ah, jetzt. Was? Wo ist noch? Da. 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 Da ist noch was. Oh, das ist ein paar. Da haben wir jetzt 20. 25. Da haben wir 25. Oh, da kommen mehrere. Da ist schon wieder ein Mage da. 5. Da haben wir noch einen. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 6. Komm her, flieg dem Scherz hin Das Schiff Uhhh, ah, da Oh, jetzt hören wir auf, hier irgendwas zu machen. Affe. So, wieder zurück. Ah, das ist irgendwie ganz nett, aber ich weiß nicht. Das ist jetzt nach sowas auch noch was. Das ist jetzt, eh gesagt, nichts anderes irgendwie. Oh, jetzt geht's das jetzt mal zum. So, dann haben wir jetzt auch, oh, da kann man ja looten, cool. Oh, da kann ich ja auch looten. Ah, was auch immer da jetzt hängt, was soll's, hab ich das Ding jetzt bekommen oder nicht? Da ist er. Da brauchen wir ganz viele von so'n Scheiß, von dem Shit. Ah, Interface, Kamera, bitte ganz hinten. Danke. Oh, hallo. So. Null von 40, hui, das kann ja ne Weile dauern. Oh, du Penis. Sag mal. Ah. Oh, jetzt verleicht doch einfach. Ich brauche dich, kein Mensch mag dich. Ich blieb. Ich blieb. Ich muss schon ein paar Sachen sammeln, was ist das eigentlich, ach platzieren, aber ich sollte lesen. Jetzt kannst du auch was looten. Schauen wir das. Die sind da. Oh, ich muss noch heilen. Bäh, voll geil. Ja, das muss man da haben. Da muss ich mich persönlich doch noch richtig dran gewöhnen, dass ich diese Heel-Möglichkeiten überhaupt nicht mehr in der Art habe. Oh, das hat er nicht. Ja, das ist hoch. Ja, hoch. Da ist nix mehr. Oh, hier ist einiges mehr. Da sind welche. Pullen wir mal. Fick dich. So, jetzt ist hier Ruhe. Oh cool, noch einer. Auch wenn es nicht viel ist, die Dinger brauchen wir. Ich bin ja mal gespannt, wie man sich den Kreml im PvP zusammen holt. Fehlt hier auch noch alles. Alter, was es für die Prestigeregner alles so gibt. Jetzt dürfen wir nicht vergessen, ich bin ja PvPler. Aber PvP ist im Moment so ne Sache. Das mache ich, habe ich in der Alpha eigentlich nie gemacht. Battlecreen Gra... Was geht... Gen... Raymane... Wo ist er da? Da ist er doch. Da ist er doch, der alte Hau-Ding. Na, komm her. Oh, fickt euch doch, ihr Drecksviecher. Meine Fresse. Fick, 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 Sack. So, Schildchen da anschmeißen. So, Schildchen da anschmeißen. Ich muss nie... Hm? Oh, feige Sau. Feige Sau. Was ist denn jetzt hin? Hä? Ah. Ah, okay. Jetzt gehen wir es zum Abschwimmen-Video. Schön. Hallöchen. So... Ja, es spät heute, ich weiß. Wo sind wir denn jetzt hier? Ah, jetzt sind wir hier... Oh, da waren wir ja vorhin schon mal. Also hatte ich ja auch angefangen. Wollen wir mal Quests annehmen. Da ist noch was. Ich bin ganz ohr. Ah. Je nehmt ein Flugpunkt. Ein soldatierischer ... Das ist jetzt der traurige fester sauber was ne sauerei hier ich hab so das dumpfe gefühl das nimmt irgendwie dann wieder ab na ja schon war doch nicht ja schau Wie gesagt, ich bin echt mal gespannt wie sich die Waffe über das pvp leviert. Hoffentlich gescheit. Da geht er daun. Da ist noch ein Fass. Das da, nö, ist auch noch ein Bär. Watt für eine Sauerei haben die Gemeinschaft wieder Silbern. Nö, da sind noch genug hier. Mach mal den da. Da sind bestimmt noch ein Fässer. So, da ist noch eins. Gut, ich weiß natürlich was der da macht. Du nimmst mir jetzt. Dann sag mal 76. Hier sind noch zwei. Das krallen wir uns noch. 90. Da ist noch eins. Das letzte. Zack. 100. Erfuhlt. Was braucht man da von den Seetümisten? Entschuldigung. Ist ja schon spät. Nein, es ist nicht halb fünf. Äh, halb vier. Es ist hier. Es ist, äh, halb eins hier. Glücklicherweise. Ja. Neun Stunden. Du verrät's halt. Ach, da ist nur wieder einer. Das ist sogar der letzte Prima. Zack. Da war nix dran. Äh, jetzt haben wir beide. Alle drei sogar. Da haben wir erst mal. Ach so, den einen haben wir ja so oder so. Müssen wir abgeben. Das heißt jetzt erstmal hier hin. Das ist ein Major-Gasar. Höre wie ein Portal. Jetzt gibt's erstmal. Items. 6,90. Wie macht das da? Begrüßt den Schatten. Gibt es jetzt hier weitere Quest? Nö. Was haben wir da gekriegt? Hände. Tempo ist wichtig. Was haben wir jetzt an Tempo? Sechs Prozent. Schön. Jetzt haben wir nur noch 3,77. Che, che. Äh. Da hinten hin. Ah, da hinten hin. Da hinten. Ne. Da. In der Mitte. Was verlangt ihr vom Tod? Ich bin verlassen. So, was sollen wir jetzt hier machen? Beklärt der Aliens getotet. Och, unerzähliger. Den Shards hier. Diese Shards sind dafür da, dass man seine Artefaktwaffe aufrüsten kann. Man verbraucht sogenannte Artefaktpower. Und damit kann man dann seine Items aufrüsten. Also seine Talente darin verteilen. Das ist ein Fury Warrior. Ist da noch mehr drauf? Ja. Da sind noch mehr drauf. Ja. Oh, da sind noch mehr. Ah, super, Buggy. Schade, jetzt hab ich so schön hinchargen. Genauso die Stats im PvP, man kann ja da nix groß, nix mehr, nee, gar nix mehr variieren. Arschloch, lass mich in Ruhe. Und, äh, da bin ich auch mal gespannt, wie sie da die Stats machen, weil Haste ist definitiv wichtig. Wurbel steht schon mal fest. Achso. Wegen der heiligen Macht. Was ist das da? Ach, such nach Windläufer hinweisen, da muss ich auch noch rein. Hä, man sollte manchmal doch ein bisschen hingucken. Ah. Komm mal runter, da geht's runter. Nee, aber der wird wahrscheinlich oben sein. Ah, da ist doch. So, das haben wir denn jetzt und fehlen immer noch die Mitglieder. So, bam. So, bam. Ich könnte mich ja mal heilen. Manchmal wäre das auch ganz praktisch. Der ist da hinten. Also, das brauche ich ja nicht mal. Zählen, das ist vier eigentlich auch. Ach, da ist ja nicht jemand drauf. Ja, dann müsste er eigentlich zählen. Ey. Drecksack. Dreizehn. Ah, befreien. Ja. Der Kapitän. Ja komm, mach ihn nicht rum. Hallöchen an den neuen Zuschauer. Habe ich ihn jetzt? Ja, jetzt fehlen immer noch die zwei. Ist. Oh, die hier hinten. Bäm. Bäm. Bäm, bäm, bäm. Schon geil. Ja, noch so ein Shard. Sollte leider so ein Gefürst sein. Was soll ich denn da mit dran? Nö, Kusser. Verseuchter Pfeil. Der zieht so danach raus. Was jetzt? Chris, per grüßt der... Yeah! Level 101. Ach, schön. Was nimmt man da? Kopf, nimmt man. Achso, kann ich ja gar nicht nehmen. Wollen wir irgendwas Neues bekommen? Nö. Hätte sein können. Was ist denn das da? Da ist nur ein Vieh. Was ist denn noch am Kopf von? Tarn Sturmhimmel. Das scheint hier oben sein, oder? Ne, der kämpft nicht gegen den. Ja, okay, ist hier oben. So, dann kriegst du gleich schon mal aufs Fressbrett. Und da Então, ich nie sneeze, das war viele Jahre alt. D ship mir. Alright. atataataataataataataataataataataataataataataataataataraa. So, ich heb korrigo. Kopfhammer, gib ich den bei dir ab. Schwimmer nicht. Ah doch, da hoch. Ab hoch damit. Ah ne, doch da. Ach hier war es doch schonmal. Ach, Landeplatz. Oh, da hoch. War ich hier schon? Bööö. Ok, Aufzug. Wo kommt das Ding? Derzeit werde ich, nein werde ich nicht hoch geritten. Ich hoffe, da komme ich in die nächsten Vorlage, das ist auch sowas. Fragen die offen sind, die man nicht beantwortet bekommt. Aber gut, so ist es halt. Da geht es lang. Da geht es hier. Flugmeister, den habe ich glaube ich nicht, oder? Schau mal doch. Ich weiß gar nicht, den Kopf. Was hat mir hier Kopf? Da sind überall auch nur die zwei Stats drauf. Nichts anderes. Watt, du hast ne Quest? Äh, ist hier sonst noch irgendwas? Watt mit dat? Was? Fällt mir näher als vor Ort. Ah, da hinten. Was? Ähm, ja ok, gut, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Gehe ich jetzt erstmal nicht hin. Geheimdienstinformationen. Schwer zu finden. Folge Quest. Spielzeug. Dinge, die kein Mensch brauche. Also ich nicht brauche. Äh, oh, das lese ich eben. Äh, ich weiß nicht ob du noch da bist. Ähm, mit den Animationen. Ähm, joa, relativ groß. Das kann aber, okay gut, du darfst nicht, man darf nicht vergessen, ich bin, hab sehr nah herangesoomt. Und, ähm, äh, dann ist es auch noch so, dass, ähm, das am Tau vielleicht noch einen Ticken größer wirkt. Weiß jetzt auch nicht so genau. Ah, da ist was. Ich muss näher. Was ist das für ein Teil? Ja, tschuldig, ich hab jetzt nicht, ich weiß ob du noch da bist. Ich hab echt nicht wo ein Chatgeld geguckt, Entschuldigung. Äh, da muss aber was sein. Ach, da ist doch was. War da hier drinne? Äh, sichtbar ist hier nichts. Da sucht auch was. Äh, das da bitte. Woow. Drecksvieh. Au, ach das war die schon. Oh. Äh. Aber gut, ja, wie gesagt, die Elemente sind schon ziemlich groß, aber ich find's eigentlich ganz cool. Was mir nur ein bisschen missfällt ist bei den Sägen und bei den Händen, da ist irgendwie, äh, ja. Oh, da ist ein Räumpt aus dem Händen. Ach, das ist glaube ich der, der ich, ne, das ist ein anderer. Nein! Was zum Teufel mache ich da? Oh, cool. Äh, das hier, äh, das hier und das hier. Uah, das war's schon? Cool. Ja, so einfach geht's. Woll? Was hat denn der für Schaden kassiert? Da hat er doch vier Millionen. Okay. Ja gut, down ist down, ne? Da meckere ich jetzt mal nicht rum. Das ist auch down, das kann man looten. 23. Ja, okay, gut, dass das jetzt von der Quest hier nichts so besonderes ist. Das kennt man ja von den Daily Quests, äh, im Tanan-Dschungel zum Beispiel. Ah, fick dich, wenn du das Ding looten. Und dich danach töten. Oh, shit, kann man einschmeißen. Sooo, klein heal raushauen, BÄM! Nein, die Toten-Monster, was kriegen wir eigentlich dafür? Für fünf Punkte. So. Und noch mal ein kleiner heal. Ach, wir haben ja über 400. 440k. 442k. Boah, nett, 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 nett. Damage machen die Viecher aber schon, so ist es nicht hier. Oh, man kommt eigentlich zurecht. Man muss halt nur hier mit den Dingern so ein bisschen arbeiten. Oh, Ziegen, wer ist hier? Der Meisterspion. Ah, okay, er hat keine Textur. So, soll er jetzt hier drin sein, oder? Wahrscheinlich wird er zukünftig hier drin sein. Oder hier kommt irgendwas anderes an, weil hier ist nichts. Ne. Müssen wir auf den guten Mann warten. Oh, ne Kiste. Das ist natürlich super. Die nehmen wir mit. Yeah. Wett voller Münze. Es sieht, was? Es sieht menschlich aus, doch es scheint auf einem Schädel zu sein. Okay. Ah, prima. Ah, der fuckt Power. Yeah. Ah, da ist er doch. Ah, komm her mein Guter. Ab ins Gesicht. Wow. Ah, Killing Spree. Okay. Trotzdem beläsch ich dich. Bam. Da haben wir wieder was gesammelt. Ach, da können wir schon abgeben. Aber die eine, die Quest für die andere ist noch nicht fertig. Also ein Bonusziel machen. Ja, ich sollte auch vielleicht mal lesen. Ja, das Bonusziel. Geil, geil, geil. Töten, töten, töten. Wie ist er? Ram-ups sind ziemlich wichtig. Na, hey, angreifen. Hallo. Ist er down. Yeah. So, was ist das da? Oh, schick. 300 Vielseitigkeit. Ne, das ist zu schwach. Schade. Aber wichtig ist, wenn wir so einen Schad wieder bekommen. Ähm, wir müssen zurück. Bonus-Ziele geben, glaube ich, richtig dick XP, ne? Die sind auch, glaube ich, so. Mein Freund hat das, glaube ich, auch gemacht. Hier, die geben richtig dick XP, wenn ich mich nicht irre. Schau mal. Wo ist das Bonusziel jetzt hin? Ah, ich bin total falsch, gell? Ah. Oh, oder? Hm, ein Piddle gibt es 15.000 da. Den wollte ich jetzt eigentlich nicht noch mal töten. Aber da hinten muss ich eigentlich auch nicht, dann geh ich wieder runter. Nee, da drüben geh ich jetzt auch nicht hin, die Viecher bringen mir ja nix. Groß ist das Gebiet hier nicht. Hier müsste eigentlich dann was sein. Naja, alles tot. Scheiße, ich brauchte doch, was war hier? Aber die Tussi, oh, okay. Scheiße, man, ich brauch doch. Werkzeug. Nee, die brauch ich nicht. Ach, Menno, ich will diese blöde Quest dabei, die XP sind wichtig. 15.000 ist jetzt vorbei, 657.000 nicht viel Hallöchen an die Neuen im Übrigen. Oh, könnten wir, jetzt bin ich schon raus. Na komm, muss ich pullen. Jetzt müssen wir dich umhauen. Zack. Oh, noch so viel. Ah, da ist ja noch einer. Komm, put, 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 put. Komm. Komm, Eulchen. Oh, das muss ich gerade viel fressen kriegen. Ich glaube, müssen wir doch. Kann man uns mal vorbeischleichen? Scheiße. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Das sollte eigentlich kein Thema sein. Eigentlich habe ich den gebrochen. Ein Killing Spree. Aber macht nichts. Du kannst das ja. Zählt der dazu? Wahrscheinlich nicht. Nö. Da hinten war eine Kiste, die hatten wir ja schon. Tja, ob sei der... Bessch, ob das... Da sei das so spät gewesen. Das kann man noch nehmen. Das ist aber 57. Boah. Da fehlt hier doch noch eine ganze Menge. Zählen die dazu? Wahrscheinlich, ne? Ne, zählen nicht. Was sind die Viecher denn hier? Ah, da ist eins. Ich muss die Ampli. Ah, noch eins. Ne, ne, Fräulein. Du machst hier nicht schaden, wie du möchtest. Du machst hier nicht schaden, wie du möchtest. Freundchen das... äh, Fräulein das kann man so vergessen. Ah, das ist ein bisschen was geworden. Ich glaube, das lasse ich doch irgendwie. Ah, schade. Eigentlich bin ich Sandeman, aber das dauert mir jetzt doch zu lange. Ne. Gold brauche ich nicht. Jawohl, jetzt sind hier wieder. Ja... Wow, 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 wow. So nicht. Wow. Ah, er zählen? Oh, cool. Okay, jetzt fahren wir ja dann doch gleich, um das so weiter geht. Die Stunner, die fünf Hormals auch noch, nochmal 85. Ja, okay, gut, dann geht das ja noch etwas flotter, als ich gedacht habe. Zack. So, geht's weiter. Da, das ist doch ein... Da ist dann noch ein anderer. Also den hier unten, ne, das ist der, den habe ich aber schon. Da brauche ich nicht hingehen, da kriege ich nichts mehr. Da gibt es nichts mehr für. So, hopp, hopp, ich will die Quest schnell beenden. Gehe ich noch eine Stunde rum, ah ja, na, also. So. Machen wir uns dann. Da bist du zu spät, mein Freund. Das ist zu weit entfernt. Da muss ich mir die Nummer umhauen. Sack. Boah, geh mich auf den Sack. Dreck. Du kannst nix, du bist nix, du wirst nix. So. Haben wir es fertig, cool. Jetzt können wir das da drüben abnehmen. Jep, prima. Ah, komm, Level auch ein bisschen weiter. Ah, da ist er noch. So, Chef, was hast du denn? Was hab ich denn jetzt noch mal für ein Crap bekommen? Spielzeug ist unglaublich wichtig. Ja, komm. Ne, ich will keine Wettverkleidung, danke. Ah, hast du jetzt noch irgendwas Wichtiges für mich? Zum Vorposten. Ja, komm, hopp, flieg mich zurück. Ah, gut festhalten, jo. Äh, ja. Ja, ich halte mich sehr gut mit meinen Händen fest, find ich zumindest. Mach ich sehr ordentlich, ne? Meine Trainerin hätte jetzt gehofft, ne? Ne? Ja, die ist von drüben. Ich hab, ja, ich hab kein Problem mit so Leuten. Nur, wenn man nicht in der Lage ist, Sachen einfach aus... Na komm, das muss jetzt nicht sein. Äh, wo muss ich denn hin? Oder hinten? Das nervt halt einfach. Wenn jemand nicht in der Lage ist, gescheit die Worte so auszusprechen, wie man sie aussprechen sollte, vor allem wenn man jemanden im Kurs hat, der wenig Deutsch oder kaum Deutsch kann und der nach 16 Uhr noch seinen Deutschkurs weiterhin macht. Und, äh, hab ich persönlich kein Verständnis für... Hab ich persönlich kein Verständnis, kann wirklich das Verständnis für... Da muss man doch, meine... Das muss man doch mit... Wie gut, wie alt war die... Da haben wir mal 9 und geht auf die 60 zulasten. Und die macht das schon so ein paar... Und die kann das. Das muss man doch... Also, naja, gut. Gut. Ey, abgegeben. Rührt den Eintopf und das ist ganz wichtig. Cool. Das sind innovative Quests, ich hänge mittendrin. Ja, rühren. So, jetzt haben wir gerührt. Gut. Ja? Ah. Geht doch. Okay, wir sollen ein paar Types erschlagen. Gerade neben Draht, da unten die. Jetzt noch ein Rett. Ein Human. Hatten. Schön. Wie hat der das gemockt? Cool. Würd ich auch gern können. Wie rum hat der das jetzt gemacht hat? Ich konnte das nicht. Äh, ne. Zu dem will ich nicht. Zu dem... Pimmel, da will ich. Na, Gomer. Du hast Darmriss. Ganz Darm. Aber du kriegst gleich so ein Darmriss. Bäm. Fett hat. Hör mal. Next. Irgendwo, ne. Muss ja jetzt mal gucken, ob ich doch bauen kann. Also irgendwie weiß ich nicht, warum das bei mir nicht geht. Ich... Oh, da... Ah, gut. Die... Ach, vielleicht muss ich da mal gucken, ob ich die Items da für Gold kaufen kann. Ah, dat wär mal wat. So. Und der wird wahrscheinlich gerade umgeschlagen. Wieder ne Bonus-Quest. Ah, ich glaub da fang... Ah. Fangt jetzt aber nicht großartig an. Ne, die Bonus-Quest zu machen, weil das dauert. Dann glaube ich doch ein bisschen lang. Ach, komm her. Du hast Trampelhof. Oh, Mann. Quasi. Oh, in your face. Zack. Sei da down. So, next ist da unten. The next ohne. Moment. Demon Hunter... Ah, hier. Äh... Ah. Banner abmachen, oder wat? Ach, beide. Nee, das war was anderes. Lol? Oh, sterbt einfach. Sterbt ein qualvoller Tod. Das ist doch jetzt nicht der. Okay. Ach, da. Ja. Wenn ich richtig hinschaut, dann wird das auch nichts. Na, ich will jetzt nicht noch drei Millionen Viecher holen. Ah, da. Ich muss näher. Kopf von Jotna. Ach, das war's schon. Ich dachte, das ist nur der Töten. Also, hier. Und, schau. Und, das ist doch da drin, oder? Ich finde das auch so toll, wenn Steinköpfe Quests für mich haben. Oh, rings. Rigga-ding-ding, rigga-ding-ding. Ich stehe jetzt einfach rein. Nein, natürlich nicht. Ja. Scheiße. Ich habe jetzt einfach gut gemacht. Ah. Leuchtet der? Nö. Nein. Ich bin schon wieder in die falsche Richtung. Wollte er sagen, nee, das habe ich nicht mitgeskillt. Wollte er sagen, nee, das habe ich nicht mitgeskillt. Ich habe jetzt einfach gedacht, das war drin. Ah, ein bisschen fuhrerlich. Ja, jo. Da gönnt sich ja sonst nichts. Äh, was? Komfort. Ja, die ist klar. Ah. Was ist denn? Ach du, ich muss mir immer zusammenflicken. Ja, komm her, Weichei. Äh, du Arschloch. Wuh. Der macht hier Aua. Dafür gibt er aber irgendwie so einen Shard. So einen Shard. Very good. Very, very good. Äh, da ist was. Ah, nein. Das wollte ich bald. Ich wollte doch eigentlich Judgment zuerst machen. Muss ich da was vergessen? Ah, da oben. Okay. Ah, okay. Banner. Da kommen wir mit. Zornspotzen. Vielleicht können wir noch nebenbei ein bisschen was machen. Was ist da? Die Konsole. Powering up Archive Device. Ah, Banner. Oh, ein Portal. Total. Der erinnert mich so ein bisschen an Secret of Mana. Der Tantalus war jetzt nicht der was sagt. Das war der vorletzte Boss in dem Spiel. Total cool. Wenn man da natürlich das erste Mal spielt. Scheisschwer. Na, doch. Fall hier nicht um. Ein graues Item. Oh, es gibt hier fast nichts. Komm, nimm mal den Banner da noch mit. Und. Und weg hier. Den Pullen wir jetzt. Was fehlt denn hier noch? Ah, wollte ich gerade sagen. Bäm, da ist er. Was war dir? Tschüss. Ah, Entschuldigung. Bisschen miet. Ich versuche nicht was mit eins. Na, kurz noch eins. Und fach bin ich. Ich hab gehört, hier geht's ran. Es sind weitere Teile. Ich hab gehört. Den können wir stun, dann können wir das. Du dreckst auch, du blöde. Du dreckst auch, du blöde. Du blöde. Du blöde. Du blöde. Du blöde. Du blöde. Jetzt aber. Da. Und das ist da irgendwie neben dran. Ich hab jetzt eigentlich keinen Bock, was zu pullen. Oh, der hat wahrscheinlich schon Shard für uns. Wenn wir ja Luki sind. So. Und jetzt. Ich hab jetzt noch mehr. Ich muss näher ran. Nein, er hat nichts vor uns. Ey, ich hab aufgemandet. Gott nachs Hand. Nein, klatsch. Oh. Erst wieder zum Steinkopf gehen. Wenn wir schon da sind. So. Jetzt fehlt aber doch noch was. Hier hoch. Ah, da rechts müssen wir noch hoch. Oh, da fehlt immer noch zwei Sachen. Da wird's hoch. Das ist jetzt nicht der Ernst, oder? Nee, oder? Äh, nö. Moment mal. Was? Ah, danke. Gott sei Dank. Ah, okay. Grau. Vorsicht, der nicht wieder da rein. Noch ein Banner. Nimm mal alles mit, was um weh ich es. Ah, da Konsole. Ah, töten. So. Nächste Prüfung. Ah, da liegt doch noch was. Das ist die Hand, ne? Au. Pisse. Ah, da bin ich. Ah. 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 Ah, das ist das. Ah. 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 grau nö nö besser gar scheiße mal schön in den popo stecken so kann ich sagen du musst eigentlich die dinge machen komisches teil da da fehlt noch irgendwas so die quest haben jetzt auch beendet alles bereit zur abgabe ja alles ich hab die da können wir den auslassen scheinbar so da ist zackgöpfchen ach halt's maul ich werd's nicht so blöd Zeug da haben wir alles was haben wir an Ringe da haben wir schon mit beiden sachen crit mastery crit tempo was zeige ich mir das crit mastery tempo mastery crit tempo auch nö mal das uuuh hat noch ne quest die wird das uuuhh 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 uuhh was mir gerade auffällt der heal ist gar nicht so niedrig habe ich jetzt immer 100 k ok brock aber es ist gar nicht so wenig das ist die frage das nachher ist wenn man pvp macht und so weiter ja wo zum teufel soll ich da jetzt hin irgendwo dann eingang zu der höhle unter ist unterirdisch das hat man ja gesehen drüben irgendwas wo man rein kann das ist definitiv nicht ich doch nicht was übersehen oder auch ihr schmarrt Wo geht es denn jetzt weiter? Das ist direkt unter uns. Oh, das... Nee, okay. Sag nicht, das ist da unten. Komm, das kann man noch mitnehmen. Ja, in der Konsole möchte ich nichts mehr machen. Wo steht denn da? Okay, da sind die Kammer. Da befindet sich hier für die erste Böden, die du dann erzählen musst. Ja, aber wo ist die? Wo komme ich da hin? Ich kann mir vorstellen, dass da unten drunter ist. Da raus ich mir auch nicht. Hm. Interessant. Nein, doch nichts. Muss man doch da rein? Nee. Äh, die sind ja... Lol. Ah, doch. Die sind ja friendly. Ich kann nicht... Da kann ich aber nicht ran. Noch nicht wahrscheinlich. Hier liegt jemand totes. Da ist die Konsole. Und ich such da draußen drunter. Das war ein Tauchen. Unschwer zu erkennen. Boat. Hör. Ure. Ich kann mich noch nicht sehen. Tja, ja. Tja, ja. Tja, ja. Tja, ja. Tja. Tja, ja. Tja, ja. Tja, ja. Tja, ja. Tja, ja. Och, geh mir doch auf den Sack. Jo, gibts jetzt endlich nach. Oh, schade der Gäste, da ist nichts zu machen. Wie auch immer man da drankommt. Oh, das ist Absicht, dass man da nicht drankommt. Wer weiß es? Da ist er, Jotner. Ich weiß jetzt gar nicht, was mit Mine or Trade gemeint ist. Was soll ich machen? Ach, komm. Aha. Ja. Cool. Ich hab Nachsegen erhalten. Und was hat mir das jetzt gebracht? Okay. Na komm, wir werden schon dabei sind. Wir bekommen auch hier noch die, äh, wie heißt sie, die, äh, Aufgabe hier mache ich. Ja. Na. Pornos hier. Ja. 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 Na komm. Ja. Ich weiß nicht. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir das sind. Ich bin ja... Ah, jetzt, ich wäre sogar ein Millionär, das ist ganz wichtig, deswegen hat das gehangen. Ah, da ein Banner, was geben die eigentlich noch mal, vier? Noch zwei nur, lol. Na, da haben wir noch mal zwei. Sechs, acht und den da noch. Nice, den wollte ich nicht. Down is down. So, Hallöchen ihr beiden. Hey, boah, mit dem da, so, jetzt aber nicht mehr die Quest abgeben. Hah, wir gehen so lang, ein Drittel haben wir vom Level, bisschen mehr sogar. Oder. Ach, oh, dreiein , vier Prozent sogar, hui. Ohoho, nicht wundern, ist ein bisschen spät. Was haben wir? Ach, kurz vor halb zwei. Darbei zacki gehen. ja was nehme ich ihn da jetzt deliver the justice ich hasse es ich weiß nicht was was ist holy artefakt relikt segne richter was ist da jetzt der direkte unterschied nicht nur dass da was soll wenn es falsch ist es jetzt darunter ab ab and back dahin rein da kannst du unterlaufen brauche ich nicht fliegen brauche man nicht zu fliegen da ist auch nichts warum jetzt nicht das ist der sturm schweigen ach das war ja da hinten für euch noch nicht so da ist er gekommen zum abgeben ich hab nicht ewig freude sogar brust hammer audiosko stärker was ist das detaille tempo mastery tempo mastery da tauschen wir die brust aus das ding kommt da runter kann man das jetzt lernen ah ne das setzt man dann wahrscheinlich ein was sollen wir jetzt machen darüber sturm geschmiedete was ist das greifhakenwerfer scheint da nur einer zu sein wir gucken ob wir die eine äh die hier nicht nur eine quest zum abgeben wahrscheinlich über die buggy äh sie war buggy also sie war buggy wahrscheinlich aber so rausgefunden keine ahnung von hier vorm kopf 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 Ach der hat ja jetzt ein Skinner, der beim letzten mal gar kein Skinner hat, der war irgendwie nie da. Noch lebensbalgen da gewesen, fertig. Das ist schön, wenn die Sachen eingeführt werden. Ah, falsch, ich muss doch mit dem Richthutel anfangen. So, Ryan. Ich muss auf der andere Seite der Mauer, ja okay, gut, dann gehen wir da hin. Da hab ich ja richtig gesehen, ja? Ach, von wegen. Ne, das ist das Gepreu. Was macht denn das überhaupt? Ich will es eigentlich gar nicht ausprobieren. Na komm, benutzen wir es mal. Ha, ah, okay, gut. Damit kann ich leben. Jetzt bist du schon mit Dolmig raus, hm? Guck immer mal draußen nach. Äh, okay. Au. Blöder Rotor. Aha. Das muss ja ein Item sein. Guck mal da, da ist ne Kiste, cool. Komm her. Yes, episch. Was ist das? Alle, wir interessieren das. Ah, das nehmen wir doch sofort mit. Juhu. Cool, was episches. Können wir nichts mit anfangen. Ist nicht schon mal irgendwo was? Stoff. Wirklich geil. Genau. Ah, dann töten wir dich halt. Ja, blibst du eh nicht mehr lang. Aha. Kann ich da jetzt hoch? Ha, geil. Eiskalt. Charge. Ah, jetzt verstehe ich das auch. Da ist er doch. Wo müssen wir hier abgehen? Was hatte ich hier noch? Ah ne, da hinten. Diese Bärensteaks oder was das war. Ja, bla bla. Guck mal auf den Felsen in Richtung. Ja, ja, ja. Sucht mich. Aha. Noch ne. Ey, da hat er noch ne Quest gehabt. Nein, will ich aber nicht. Pitter. Er hat noch ne Quest. Ich bin ganz Ur. Der Wichser. Stimmt. So. Äh, ah jetzt. Wieder ein Bonus-Ziel. Was soll ich jetzt machen? Uhhh. Oh. Woa. Was. Da war der Leitscher Kletterschuhl. Oh, da war der Leitscher Kletterschuhl. Da war der Leitscher Kletterschuhl. Wegen was. 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 Ich hab der Leitscher Kletterschuhl. Das. Hmhm. Mhm. Ah. Die haben den Krampel. Jetzt wird ein Schuh draus. Ah. Ich kann das nicht anhalten. Nee, irgendwas fehlt da. Und jetzt? Okay. Ich glaube, ich werde aber jetzt doch Schluss machen, denn so langsam fallen mir die Augen irgendwie zu. Oh. Oh, mein Halt. Ah. Nein, komm. War klar. Äh. Ich bin aber noch im Kampf. Jetzt nicht mehr so. Zack. Porten wir uns mal zurück. Da mache ich dann mal am nächsten Mal einfach weiter. Hm. Das ist egal. Die Quest muss ich jetzt nicht direkt beenden. Ach. Entschuldigung. Ach. Tut mir leid. Ach. Gibt es echt was zu retten? Nee, ich glaube nicht. Kein. Nee, da nicht. Da nicht. Gut, dann gehen wir mal schnell. Schauen, nachschauen, was wir da an dem Ding machen. Ach. Die Kreml. Ach. Nee, muss ich ja vorne benutzen. Artefakt-Werfel genau 140. Das lädt sich dann alles jetzt auf. Und dann können wir das ein oder andere Püppchen verteilen. So. 70. 10. Das waren gleich 50 oder 100, gell. 25. Boah, viel war das ja jetzt nicht. Ein Punkt können wir verteilen, oder? Nee, 300. Scheiße. Ah. So. Das war das. Damage Play of Justice. 500%. Nehmt mal mit. So. Und ich will ja erstmal hier hinten hin. Puh. Das ist schon ordentlich hier. 300 Punkte für das Teil. 300 Punkte für das Teil. Hier habe ich da nix. Schade. Ich weiß auch nicht, wann man die Dinger kriegt. Respekt. Jo. Dann. Ah nee. Nee, 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 nein. Das will ich doch versuchen. Zu morgen. Das will ich noch machen. Ah nee, halt da, da ran. Ah nee, 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 nein. Da gehe ich erstmal nach Dalaran. Hu hu hu. Ach. Da gucken wir doch mal nach. Das will ich wirklich noch vorher machen. Ab nach Dalaran. Bist du für eine? Egal. Na, das Portal ist dahinten. Ich will ja nicht die Waffe mocken. Sondern ich will die Rüstung mocken. Aber das sieht doch hässlich aus. Ich will einfach mal wissen, wie es so funktioniert und so weiter und ne. Verständlich. So. Ah. Wir müssen nach. Da hinten. Ja, guck mal. Wo konnten wir den Krampel kaufen? Ah, hier war das ja genau. Guck mal. Hier konnten wir den Krampel doch kaufen. Oh, ach so. Ja. Für Gold. Äh. Was sind sie denn? Ne. Wie. Gerechtigkeit wird aufsiegen. Das ist eigentlich auch nicht. Wie. Gerechtigkeit wird aufsiegen. Ach ne, das ist das erste. Ja, genau. Das da ist es. Gut, Schuhe und Gürtel sind jetzt erstmal irrelevant. Ah, jetzt haben wir den Krampel doch schon mal. Das ist lustig, jetzt kannst du doch grad wieder verkaufen, oder? Ich habe einzigartige Wachen. Was? Es wird removed. Fick dich. Das ist Sauerei. Ja, dann müssen wir jetzt ab nach OG. Zum Moken. Da lang. Da. Ne ewige Blüten. Oh, Kremmer. Gehen wir doch. Oh, Kremmer. Äh. Da. Mal sehen wir doch. Schade, dass wir den ganzen Kreml da nicht jetzt schon mucken. Aber das wäre extrem geil. Das soll ich sagen. Hier könnt ihr haben. Bedient euch. Mal ausprobieren. Ja, aber dem ist ja leider eine Staffel. Geht ans Aufwertung? Wieso steht der immer noch da? Wo der da? Ja, okay. Macht wirklich nur das, was man auch besitzt. Jetzt. War der die Schuhe jetzt mitgemockt? Naja, dann nicht. hätte mich auch gewundert. Das ist ja schon cool. Und dieser Forscher ist ein bisschen klein geraten. Was ist denn das? Goll. Das sieht ja schon lustig aus. Glitzer, glitzer. Äh, es bringt zusätzliche Effekte. Cool. Hä? Cool. Das haben die auf der Live-Version aber nicht. Oh, der kriegt einen neuen Skin. Geil. Ne, das bleibt glaube ich gleich. Ach, das haben sie wieder drin. Nice. Aber das ist die hässliche Version. Ein grün Monster. Ey, wenn es die Dinger nachher gibt, das wäre so geil. Das wäre echt klasse. Wahrscheinlich wieder Decay. Oh, das wird auch ein bisschen überarbeitet, wenn ich das richtig sehe. Gold. Okay, das gibt's schon. Das ist noch eine andere Farbe. Stumpfe 2 hat klingelt. Quest. Schön durchzuschauen. Cool. Mit Feuer. Fros. Okay, es ist wirklich aller Scheiß drin. Okay, es sind wahrscheinlich auch Sachen drin, die es so nicht im Spiel gibt. Warum leuchtet das nicht anständig? Das Ding ist immer noch so mickrig, das verstehe ich nicht. Das ist genauso. Warum kann ich das nicht haben? Die Golds Ashbringer. Also echt leid, das ist alles, scheinbar haben wirklich alles reingetan. Nochmal den Anfang gehen, wie wir es übersehen haben. Wieso brennt das Ding? Da ist keine Bezeichnung dran. Apropos, da fehlen aber doch... Ah, ne, hier sind sie ja. Da steht jetzt aber gar nichts mehr dran. Ah, die Dinger sind cool. Der hat auch was, der wie gar nichts. Irgendwas verpasst? Nein, das ist geil. Nächster Heinrich, erreicher. Sieht geil aus. Monster 2 hat gar nach sie ins ist da ist so ein Tick. Ah, ich weiß nicht. Fehlen die mir doch mal. Das sieht irgendwie cool aus, aber irgendwie was ist denn das? Ach, du Scheiße. Was ist drauf? Also, Elite. Oh, wie süß! Broken, okay, ich wollte gerade sagen. Mini-Ausführung. das kenne ich jetzt auch nicht. Ich glaube, so weit hatte ich dann alle durch. gleich. Ja, okay. Da kenne ich mich doch gar nicht so gut aus. Oh, lol. Okay, gut, was er jetzt so gut auskennen, ich denke, dass es irgendeinen Unterschied gibt. Okay, da ist ja eine Verzauberung drauf. Das eine oder andere werde ich wahrscheinlich doch erkennen. Okay, das kenne ich jetzt nicht. Äh, doch, das Ding kenne ich. Leuchten. Ah, die X-Di war auch nicht schlecht. Das ist gleich geblieben. Nee, ich glaube, hier hat sich jetzt nicht wirklich was verändert. Es war auch komisch, dass ich von beiden Fraktionen das sehe. Na ja gut. Oh, Hammer. Ach, nee, das ist genauso wie vorher. Schade. Hab gedacht, die Ender nehmen mal ein bisschen ab. Gott, was da für ein Scheiß drin ist. Oh, hier schön jetzt. Ah, die sind so schön. Ich hätte ich gern. das Ding gibt's ja nicht mehr. Das hat wahrscheinlich schon keiner. Ist auch nicht so hübsch, muss man sagen. Aber, also finde ich, so weiß ich nicht. Aber in Kolben gab's nicht so tolle Sachen. Nee. Ja gut, dann hot ich mich jetzt hier wieder zurück. Der Stream ist dann jetzt beendet. Ich sage in dem Fall wie immer vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Sobald ich Zeit habe, werde ich das Video auch hochladen. Dann kann man es auf YouTube ansehen. In diesem Sinne, Tschööö